Diese wunderschöne Ford Tourneo Custom Titanium. Automatik könnte schon bald vor ihrer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wisman. Der Euro 6 Motor erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Große und elektrisch anklappbare Spiegel bieten beste Übersicht. Schiebetüren hinten beidseitig erleichtern den Einstieg. Insgesamt finden in diesem Wagen 8 Personen Platz. Schicke Leichtmetallräder unterstreichen den luxuriösen Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Fordersitze bieten viel Komfort, auch auf längeren Touren. Fußmatten gehören bei uns natürlich dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Custom schützt Sie rundum mit ABS, ESP, Airbags und der heizbaren Frontscheine. Die Doppelklimaanlage von hinten sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage vom Typ Sync. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Mit diesem schicken Ford Tourneo Titanium und seiner umfangreichen Ausstattung werden Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch, gerne Verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie den Wagen einfach Probe. Das Team von Wisman freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen.